So, wir sind live. Hi, wir begrüßen euch hier aus der Reiter-WG. Zum ersten Mal aus Essen, die Reiter-WG zur Equitana. Wir schreiben heute Geschichte. Die Scarlett und ich, ja, cheers, begrüßen euch und haben hinter uns die geballte Pferde-Mädels, Blogger, YouTuber, alles mögliche Szene, Instagramer. Und wir freuen uns total heute auf diesen ersten Abend. Wir haben Pizza bestellt und sind deswegen alle happy. Wir sind hier, ich rede einfach mal weiter, in einem wunderschönen Loch in Essen. Und jetzt sind so gut wie alle angekommen und ja, wir freuen uns. Scarlett sagt euch auch nochmal Hallo. Hallo. Genau, und damit ihr wisst, wer alles so hier ist, würden wir jetzt einfach diesen Selfie-Stick, den wir tatsächlich benutzen, einfach mal weitergeben und dann können die Mädels und Jungs, nein, jetzt gerade nur Mädels, sich vorstellen, oh, wir haben ein Herz. Hallo. Wir haben ein Herz. Wir haben ein Herz. Juhu. Genau, wir geben es jetzt einfach mal weiter und die Mädels sagen euch Hallo und dann seht ihr später mehr von unserem Abend auf Clip My Horse. Auf dem, äh, wo ist Clip My Horse? Auf da. Auf welchem Kanal gehen wir? Auf dem YouTube-Kanal von Clip My Horse seht ihr später mehr. Genau, so, wir fangen an mit der Vorstellungsrunde. Ich gebe einfach mal an euch weiter. Geht's, Svenja. Hallo, das ist hier die Svenja. Hallo. Herzen von 10 Arten von Svenja. Geht's. Kannst du bitte einmal auch für mich zu blamieren? So. So, hier ist die Laura. Ja. Die kennst du von Facebook? Hoffentlich, wer weiß. Ja, mein täglicher Wahnsinn mit deiner Pferdepartung. Philipp ist gerade nicht da. Hallo, ich bin, äh, die Lena von Pferdetrends. Hallo, ich bin die Marie-Belle von Beauty-Lucky. Ja, ich bin Diana von Emma-Toki. Ich bin Jojo von Aberdon und Lolli. Ich bin Diana von Wolke. Ich bin Kati von Kati-Schloti. Ich bin Lisa von Lisa-Seifenblase. Ich bin Feline, die kennt man Feline. Ich weiß nicht, wo ist wohl auch besser so. Ich bin Luisa von Luisa-Zuckerwatter. Hi, ich bin Linda von Nidlinen-92. Hast du Schuss? Hallo, ich bin Sarah von Samu-Sara. Hi, ich bin die Nadine von Mr. & Mrs. Button. Hallo, ich bin die Sophie von Sophie-Loreen. Hallo, ich bin Vivi von Viviane-Nice. Also, Viviane. Nein, ich habe noch nicht. Ich bin Anita vom Channel Anita-Gerdy-Tamer. Das ist Svenja. Svenja's Vlogs. Svenja's Vlogs. So. Ja, cool. Das waren unsere Gäste von heute Abend. Und ja, ich glaube, wir haben heute Abend noch ein bisschen Party vor. Oder, Mädels? Wir kriegen ganz viele Herzen. Genau. Und wir haben, wie gesagt, jetzt werden wir erstmal ein bisschen Essen und Trinken und ein bisschen Spaß haben in der Reiter-WG. Bleibt dran. Später mehr. Und ja, bleibt dabei. Okay, ciao.